Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um den Oberflächeninhalt von Quader und Würfel. Oberfläche bedeutet, dass immer alles, was an dieser Figur zu sehen ist, außen angemalt werden soll. Bei diesem Quader heißt es, wir müssen die Flächen außen herum anmalen. Und das sind ja bekanntlicherweise sechs Flächen. Man sieht hier zwar nur drei, aber insgesamt sind ja gegenüberliegend auch nochmal Flächen, also insgesamt sechs. Und wenn man genau hinschaut, dann sind das sogenannte Rechtecke. Das heißt, der Flächeninhalt für eine einzelne Fläche wäre Länge mal Breite. Und wie man jetzt den Oberflächeninhalt berechnet und wie das Ganze ausschaut, wenn man mal nur die Fläche anschaut, das will ich euch jetzt zeigen. Ich habe diesen Quader mal aus einer anderen Perspektive gezeigt und jetzt kann ich hier mit einem animierten Programm einfach mal diesen Oberflächeninhalt einmal aufklappen. Ihr seht schon, man macht den Deckel auf und klappt quasi alle Deckel nach unten. Andersrum, wenn natürlich dieses Netz, nennt man das, Quadernetz dran liegen täte, könnte man daraus eben einen sogenannten Quader falten. Und so sieht man jetzt schon, dass sechs Flächen entstehen, die unterschiedlich groß sind. Also, dass die Fläche und die Fläche gleich groß ist, der Boden und der Deckel sind gleich groß und die Seiten sind gleich groß. Das heißt, wir haben immer zwei zueinander passende Flächen, die gleich groß sind, aber alles sind Rechtecke, insgesamt sechs Stück. Das heißt, wenn wir den Oberflächeninhalt berechnen wollen, brauchen wir genau genommen nur drei Flächeninhalte. Einmal diesen Flächeninhalt, also dieses Rechteck hier. Das hat ja bekanntlich drei Zentimeter Höhe und fünf Zentimeter Breite oder eben dann 15 Quadratzentimeter. Diese Fläche kommt natürlich hinten auch nochmal vor. Dann nehme ich mir ein zweites raus, das ist zum Beispiel der Deckel hier oben drauf. Da habe ich hier fünf Zentimeter und nach hinten, also diese Länge hier sind ja vier Zentimeter. Aufpassen, gezeichnet sind es zwei, aber im Original sind es vier, also müssen wir hier fünf Zentimeter Länge, vier Zentimeter Breite nehmen. Das heißt, die zweite Fläche hat 20 Quadratzentimeter. Und als dritte Fläche fehlt uns noch diese hier. Die hat wiederum vier Zentimeter und in dem Fall drei Zentimeter nach oben, also vier mal drei, zwölf Quadratzentimeter. Das sind die drei Flächen, die es gibt, aber jede dieser Flächen gibt es zweimal. Also wenn ich die Oberfläche jetzt berechnen möchte, muss ich zweimal 15 Quadratzentimeter plus zweimal 20 Quadratzentimeter plus zweimal 12 Quadratzentimeter. Und das ergibt zusammen 94 Quadratzentimeter. Das heißt also, wenn ich den Oberflächeninhalt berechnen möchte, brauche ich beim Quader nur drei Flächen berechnen, die allerdings jeweils mal zwei zu nehmen. Und das führt mich zu einer allgemeinen Oberflächeninhaltsformel. Nämlich, ich rechne A mal C, also man sagt auch, dass diese Kante immer mit A benannt wird und diese nach oben mit C. Also die Fläche 1, A mal C. Ich nehme jetzt diese Fläche nach hinten, B, das ist diese dritte Seite oder zweite Seite B, mal C als zweite Fläche. Und dann fehlt noch die Fläche hier oben, A mal B, die dritte Fläche. Und das, wenn man zusammengefasst hat, am Schluss noch mal zwei oder eben einzeln mal zwei. Jede einzelne Fläche erst berechnen und dann mal zwei. Der Oberflächeninhalt von einem Würfel, da wird es ein bisschen einfacher. Also wenn wir das wieder zeichnen, wir haben ja hier erstmal ein Quadrat. Und wenn wir das zum Würfel ergänzen wollen, das sind ja immer alle Seiten gleich lang, muss ich hier zwei Zentimeter nach hinten, weil ich ja diese Schräge nach hinten um die Hälfte verkürze. Nicht bei der Rechnung, nur bei der Zeichnung und kann so meinen Quader oder meinen Würfel erstmal zeichnen. So und jetzt haben wir ja hier lauter Quadrate und Quadrate werden mit A mal A berechnet, also Seite mal Seite. Das ist in dem Fall vier Zentimeter mal vier Zentimeter, also 16 Quadratzentimeter für eine Fläche. Und beim Würfel ist es ja anders wie beim Quader. Da haben wir sechs gleich große Flächen. Das heißt, um den Oberflächeninhalt zu berechnen, müssen wir nur sechsmal diese gleiche Fläche von 16 Quadratzentimetern ausrechnen. Das gibt in dem Fall 96 Quadratzentimeter. Eine allgemeine Formel für den Oberflächeninhalt haben wir damit auch. O ist gleich sechs mal A Quadrat oder sechs mal A mal A, was ja das gleiche ist. Sechs mal A mal A oder sechs mal dieses A Quadrat. Heute haben wir also gelernt, wie man den Oberflächeninhalt von Quader und Würfel berechnet. Verwechslungsgefahr. Volumen ist was anderes. Das ist das, was man in so eine Figur hineinfüllt. Der Oberflächeninhalt sind alle Flächen zusammen. Das mit dem Inhalt wird manchmal falsch und schwer verstanden. Inhalt heißt hier nicht, was drin ist, sondern was in den Flächen, in den Oberflächen drin ist. Oberflächeninhalt von Quader und Würfel. Jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß und viel Erfolg in der nächsten Mathematikstunde. Tschüss!